Nee, die sind vor uns, oben auf dem, ähm... Oh, ich bin tot. Alter, Kopfschuss, echt jetzt? Okay, ist wieder tot. Gut, sind beide zweimal gestorben. Alter. So, aber er hat schon wieder einen Pfeil, aber jetzt weiß ich nicht, was er von mir will. Okay, wir sind hier vorne an diesem, wo es dann im Berg hochgeht, wo da oben dieses kleine, wo der Typ... Ich nenne es Tankstelle hier unten, weißt du? Ist ja auch eine im Endeffekt, ne? Ist es eine? Ich glaube, davor sind noch Zapfsäulen, ne? Ach so? Nee, sind es nicht, aber ja, es ist eine Tankstelle, das ist egal. Wir nennen es Tanksteller. Da wissen wir übrigens, von was geredet wird. Es sind zwei Rollen, da können wir ja diesmal mit der Rolle raus. Okay. Du weißt, was ich damit meine? Ja, ja, diese Rollen für die hier. Seilbahn, ja. Genau. Eine ist noch in den Regalen. Kaum zu übersehen. Hol ich gleich ab. Und hier ist noch ein Cuttermesser drin, kannst du es wieder zurück haben? Nee, brauchst du es nicht noch? Nee, nee, ich hab es jetzt, ich bin fertig. Okay. Es dauert eine Stunde. 47 Minuten, bevor es das aufgebaut hat. Was ist denn? Von unten, von der Straße. Von unten, von der Straße. Von unten, von der Straße. Ich sehe nicht. Hä? Ich sehe keine Schüsse. Na gut, dann lasse ich ihn mal lieber. Es kann sein, dass wir so ein unsichtbarer, letztes hatte ich einen unsichtbaren dabei. Ne, hier stopft doch einer. Das ist mir nicht der hinter dir läuft. Jetzt bin ich leise. Achso. Einen habe ich. Spieler oder? Ja, Spieler. Spieler, alles klar. Wo kam der? Da war ich unten an der Treppe. Ich weiß nicht, ob der noch ein Mate hat, weißt du? Ich bin doch mal runter. Ja. Nö, ist keiner da. Dann können wir wieder hoch. Was, denn willst du hier nicht leermachen hier? Hab ich doch schon. Ah, okay. Du musstest gar nicht ganz runter, ne? Ging hier oben an der Treppe, ne? Hat er mir kurz auch angezeigt. Achso, er lag doch auch auf der Treppe, oder? Nee. Die Kiste lag unter der Treppe. Bei mir nicht, nö. Und weiter? Ja. Hinter uns Schüsse, auf uns. Der auf dem Dach, ich hab den schon vermisst. Ich dachte, der ist gar nicht da. Ja, witzig. Oh, Mann. Das ist auch ne... Was war? Ach, du hast ne Knochen gebrochen. Ja, der ist nicht ganz dicht. Oh, warte. Den Charger brauche ich. Auch den Rest für sich. Und die Medizin kannst du mitnehmen. Danke. Ja, nicht dafür. Möchtest du das Ding auf Aum Aum noch mal machen, oder? Nö. Ist mir zu riskant. Nicht, dass dann doch einer mich weg snipet, oder so. Ja, ähm. Der Plan wohin? Ähm. Ressort. Ne, Villa. Villa ins Schlafzimmer und geilen Loot rausholen. Oben auf dem Turm ist einer. Hier unten steht ein Benzinkanister, wenn du möchtest. Gute Munition. Ja, danke. Habe ich die Benzinkaner? Ja, danke. Ja, danke. Ich gucke mal auf den Berg nicht, dass hier oben einer ist. Ich gehe Richtung Schlafzimmer. Ich gucke auch unten rein. Natürlich, breche ich mir dabei die Beine. Kein Problem. Vor dir ist noch einer. Schießt du? Auf dem Turm. Oben auf dem Turm. Okay. Oder von da. Zumindest aus der Richtung. Ja, ich sehe es. Oh, da sind auf jeden Fall Spiele. Oh ja. Die schießen zurück. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Alter, ein Kopfschuss. Echt jetzt? Mann, was machst du denn? Warte. Komm zu mir gekrochen. Lieg doch da nicht so rum. Häng in there. Du musst schon zu mir kommen. Sonst kriegst du eine Entdeckung. Schnell. Heil. Du mit einem komischen Chapdeckel. Da kriegst du ja auch direkt den Headshot. Oh, sie kommen. Von vorne. Schnell Entdeckung. Okay, die wollen uns umgehen wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nimm die rechte Seite, nimmst du die linke? Ja Wo ist er denn? Ist auf jeden Fall rot, mein Armband Meins nicht Dann ist er über uns Oh jetzt zeigt es mir auch rot Jetztídoelme Ich soe Ihre Phase Aus Grat Good êm Ming se Es Er ist oben im Schlafzimmer, würd ich sagen. Hab ihn. Sehr gut. Okay. Aber er ist nicht tot. Nee, ich bring ihn um. Oh, da schießt noch einer, sein Kumpel. Okay. 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 Hast du ihn? Nee, der hockt an dem, hinter, an dem Haus, was vor dem Turm steht, weißt du? Ich glaube, da von wo sie vorhin auch waren, ne? Mhm. Mal gucken, ob ich da irgendwie einen Ringel draufkriege. Es kommt noch einer, der seinem Body kommt jetzt hinten rein, aber den mache ich gleich. Okay, ich habe ihn. Brauchst du Hilfe? Sein Body ist oben auf dem Turm, der hinter uns war. Hast du ihn? Nee, noch nicht. Ich sehe ihn noch nicht. Aber er ist da hochgerannt. Sag mal in Richtung 213 oder sowas. Du hast ja oben den Kompass. Genau, 189, der Turm. 189. Er geht jetzt runter. Ah, okay. Ah, ich sehe ihn, ja. Ah, er will sein Zeug holen. Er will sein Zeug holen, glaube ich. Da ist das. Ah, der ist ja mit der Pistole unterwegs. Er will sein Zeug holen, da müssen wir schnell hin. Ja, ich versuche mal jetzt hier irgendwie wieder runter zu kommen. Und mache mich auf den Weg. Willst du direkt zu ihm hin pushen? Ja, ne? Ja. Gut, ich komme mit. Ich bin linke Seite von dir. Du bist rechts. Er darf nicht da hin. Ich weiß nicht, wo sein Zeug liegt. Ist, ist down. Okay. Alles klar. Vielleicht noch sein Buddy. Der wieder kommt. Den du als letztes erschossen hast, da hinten. Okay. Ist wieder tot. Gut, es sind beide zweimal geschossen. Alter. PHS, PHS. Naja, den nehme ich mit. Was hau ich denn weg? Komm das weg. Die Mosin würde ich nehmen. Schießt was auf uns. Deckung, Deckung. Nimm die Mosin. Gehe erstmal in Deckung. Von wo kam das jetzt? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß zwar von der Richtung, wo du gerade hin bist. Aber... Oben auf dem Turm ist frei. Okay. Okay, ich sehe ihn. Was will er mit der Pistole? Gib nicht auf. Vor allen Dingen schießt aus tausend Metern in Entfernung mit der Pistole auf uns. Alter. Dass wir auch ja richtig mitkriegen, dass er da ist. Weißt du? Weißt du denn, wo er ist genau? Na, er ist tot. Ich gehe nochmal aufs Dach hoch. Da ist noch der Loot von dem anderen. Weißt du? Das ist klar. Oh, der hat PT-Munition. Alter Schwede. Der leckt mich am Arsch. Oh, richtig viel. Was haue ich denn weg? Oh, Alter. Da liegen ja... Die Stapelweiser liegen ja rum. Warte mal, warte mal. Was mache ich denn? Oh. Ich soll mit der Rollbahn raus. Ach so. Ja. Ich bin da jetzt gerade. Da kommt der grüne Pfeil hin. Ja, ich habe es jetzt auch erst gesehen. Jetzt habe ich das Ding weggeschmissen. Oh Mann. Na gut, aber du kannst ja wohl, ich kann sagen, auf der anderen Seite raus. Ich gehe auf der anderen Seite raus. Hallo, bist du von der Dachante gestoßen? Hört dann raus oder soll ich auf dich warten? Nö, kommst raus. Ich mache mich vom Acker. Da sind wir hier noch ein Stückchen hin. Oh, hinter uns schießt es noch richtig. Wahrscheinlich sind sie da noch mal reingeschlüpft, um ihr Zeug zu holen. Und sterben. Schöne BT Munition, das war's. Der Erd beißt sich bestimmt richtig in den Arsch. So, ich komme, Thomas. Ja, alles gut. Ui, es geht straff auf die 22 zu. Uhr. Ja, alles gut. Töern Esta unter blogger�� Ohrika-Polische.